So, schön, dass ihr über meinen Kanal gestolpert seid. Ich bin heute am Flughäfe in Stuttgart. Da landet demnächst ein A380-800. Der ist von Los Angeles nach München geflogen, wechselt die Crew. Und die neue Crew muss einfach noch ein bisschen üben, damit sie den 380er gut im Griff haben. So ist das. Und dann ist auch Stuttgart endlich mal ein Ziel. Und das ist doch wunderbar. Das sehen wir ja eigentlich so gut wie nie. Und das wollten wir einfach auch gehen lassen. Also, bis dann. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.